Im heutigen Video geht es um ein spannendes, anlagenübergreifendes Abenteuer der Modellbahnfigur Trainspotter Pauli. Wie er etwas Dummes anstellt, um seine Langeweile zu überbrücken und sein Mut mit viel abwechslungsreichen Zugsichtungen belohnt wird. Hallo und herzlich willkommen bei der MOBA Manufaktur. Der Pauli ist ein Mann mittleren Alters, der leider verpasst hat, seinen Traumberuf als Lokführer zu verwirklichen. Diese Sehnsucht gleicht er nun als Trainspotter aus. Ihr fragt euch, was ein Trainspotter ist. Jemand, der gerne Züge filmt und fotografiert. Dazu sucht er sich immer die unmöglichsten Positionen, um spannende Aufnahmen zu bekommen. Hier in kleinen Eichenstadt ist er daheim. Den Ort kennt Pauli natürlich schon in- und auswendig. Trotzdem hat er das Glück, dass immer wieder viele neue Züge durchfahren. Wie hier zum Beispiel diese sehr seltene 1144er im Blutorange mit Wortmarke. Oder auch der am Schluss angehängte T3000 mit den neuen Rail Cargo Aufliegern. Einfach toll! Auch super für unseren Pauli. Heute verirrt sich sogar eine tschechische Lok in unser beschauliches Städtchen. Beladen ist der Zug mit einigem Rundholz. Irgendwann taucht dann die Reihe 2068 mit einem Rocktener Infra auf, der hier abgestellt wird. Vermutlich gibt's da bald Baumaßnahmen, schreit der Sepp vom verschubten Pauli zu. Die Lok selbst wird dann ein Gleis weiter abgestellt. Lokführerin Beatrix steigt aus und geht auf einen kurzen Plausch zum Fahrdienstleiter. Hey Schuli, wie geht's dir? Ja, gut soweit. Danke, Trixi, hört Paul vom Weitem. Seine Langeweile lässt ihn nun was Dummes tun. Unbeobachtet versteckt er sich auf der Lok, um als Blinderpassagier mitzufahren. Oje, ob das gut geht. Wir werden es sehen. Nicht mal der Franz von der ÖBB Infra, der eh neben der Strecke steht, bemerkt was. Nach wenigen Stunden Fahrzeug und der zwischenzeitlichen Übernahme eines gemischten Güterzuges hält die Lok wieder an. Paul ist unwissentlich nach St. Michael gereist. Oh wow, ein schöner großer Bahnhof. Da gibt es sicherlich tolle Zugbegegnungen zum Filmen. Geil, da bleib ich. Geil, da bleib ich. Phänomenal, was hier los ist. Ein Highlight jagt das nächste. Pauli kommt nicht mehr aus dem Staunen, als er die superlangen Güterzuge wie den Ecol KLV oder den Mischer mit der 12-16er sieht. Also was ist die Lauf? Was ist das ZV für die langen Adresse? Nein, nein. Das krieg ich oft nicht so. Das war's. Und natürlich gibt es in so einem großen Bahnhof auch haufenweise Fernverkehr. Einen ICE 1 und einen SBB Ciruno hat Pauli vorher noch nie vor seiner Kameralinse gehabt. Und der hat sich die Flussnight hinterher geht. Und der hat sich nur dem Feier der popularityert. Und der Tag der bicyclerInnen darauf habe ich was. Und der hat sich auch noch nie vor dem FTischen gate deanken. Und der hat sich was schon funktioniert. Und der hat sich auch noch zukiveyser anhandrow중. Und der hat sich doch auch noch nicht vor der trouble. Und der barrel stirbt. Das war's, das war's. Ja, es ist munter, aber nicht auflöst, oder? Ich glaube, wir sind jetzt alles Nächste, was wir haben. Ich glaube, wir sind in Italien, wo die Lokomotive hässlich sind. In Österreich sind sie etwa mit den österreichischen. Damit er nicht nur Aufnahmen im Bahnhof hat, wandert er auch weiter zum Pass. Die idyllische Gebirgsgegend mit vielen Brücken und Tunneln ist der perfekte Ort für weitere Videos. Warum? Ich bin ungefähr. Euer Shrimp. Wurz geht. Wurz geht. Ich bin ungefähr, was ich nicht im Austausch kam. Das wäre so sein, dass wir jetzt an der Rotterneuer sind. Das sind die beiden, als nur das Tor. Das ist doch... Das ist doch... Aber für die BDS ist die Neu. Rampocin, Fahrradflitz, 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 Fahrradflitz. Was ist immer wieder weiter? Ja, ich weiß nicht. Ach so, du fährst auf der... Ja, ich sag's, du fährst vorbei. Umso besser. Was für ein Abenteuer! Was für geniale Zug-Sichtungen! Denkt sich Pauli und filmt immer noch ganz aufgeregt weiter. Leider wird es schon etwas spät, verrät der Blick auf die Uhr. Schön langsam sollte ich mich um die Heimreise kümmern, murmelt er vor sich her. Was ist denn da mit auch durch Zug-Geschöten? Ja. Was ist denn da mit auch durch Zug-Geschöten? Ja. Zurück am Bahnhof St. Michael hat sich Paul ganz legal ein Ticket für die Heimreise gekauft. Zweimal muss er umsteigen, bis er in seiner beschaulichen Heimatstadt ankommt. Nun gut, rein in den ersten Railjet, zwischenzeitlich umsteigen in einen anderen Railjet und dann das letzte Stück auf der Nebenbahn im Desiro zu fahren. Die Heimreise Die Heimreise Landesentwicklung Stand ganz gut. Die Heimreise sind hin and että der Mayfeld Patrik Azen hat Saat Rest St syng Home sweet home, kreist in Paulis Gedanken. Nach dem Ausstieg trifft Paul auch den Schurli am mittleren Bahnsteig. Boah Schurli, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich heute alles erlebt habe. Ach ja Pauli, aber so viel war doch heute gar nicht los bei uns, erwidert der Schurli verwundert. Komm, geh mal auf ein Feierabendbier, dann erzählst du mir alles, schlägt Schurli vor, während noch ein extrem langer Kesselwagenzug durchkommt. Paul ganz überrascht, oh cool, die Lok habe ich heute schon mal in St. Michael am Ecol KLV gesehen. Ich bin kein능, das ist die Welt. Herr, wir haben auch heute schon mal in St. Michael am Ecolm liebenden Franken. Komm, geh mal in St. Michael. Wie hat das alles gehört habe? Wir haben jetzt zwei Tage bei uns, ersten Tage und kurz vor 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 kurz vor. Ich hoffe, die kleine Geschichte rund um Trainspotter Paul hat euch gefallen. Nun noch etwas in eigene Sache. In diesem Video steckt sehr viel Aufwand und noch mehr Herzblut. Ich freue mich, wenn ihr das mit einem positiven Kommentar, einem Like und einem kostenlosen Abo würdigt. Danke an Hubsis Modellbahnstudio für das Quartalstreffen 3 2024 inklusive grandioser Verpflegung. Dort sind die Aufnahmen für St. Michael entstanden. Und natürlich an die anderen Teilnehmer für viel gute Stimmung und tolles Rollmaterial. Bernis Modellbahn, Jochens Modellbahn und Postels Modellbahn waren mit dabei. Danke und bis zum nächsten Mal. Die MOBA Manufaktur. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.